Auch hier eine ganz gute Vorstellung von Christiane Klump vom TV Wadenscheid. 9,35 Punkte und Platz 6 in diesem Weltklassefeld. Nun die beiden besten Übungen. Zunächst Larissa Lukianenko aus Minsk in Weißrussland. Wir haben jetzt gemerkt, dass die Geschwindigkeit von den anderen Gelassen unterscheidet. Sie ist sehr, sehr schnell und damit geht sie natürlich ein riesiges Risiko, einen Fehler zu machen. Untertitelung des ZDF. Jetzt hat sie es halt verknotet. Und dann kommt natürlich der Schluss, weil damit kann sie nicht mehr weitermachen. Das wollte ich sagen. Die Wertung für Larissa Lukianenko in diesem...